nah bereichs vernetzung und sind ja bewaffnet ist da keine kamera ist drin das ist doch nicht dein ernst so du bleib mein freund aber na wo läufst du hin so versteckst du dich verstecken ich habe überhaupt nichts mehr zu tun und entdeckung was war das denn gott du hast mich nicht gesehen und schnell darüber tschüss damit hätte ich schon mal den zugangscode zugangscode für server ja schon vorsichtig folgen hier kopfschluss kopfschluss so jetzt brauchst du nirgendwo mal gucken tada so schauen wir mal erstes offen und der zweite tada ah jetzt können wir wieder gucken was hier unsere freunde von links uns zeigen können der zack der zack ok ok also los jetzt ihr könnt das jungs ah gut detektion na was ist er und was zu trinken von rotwein 14 prozent alkohol wahnsinn das ctos nimmt tatsächlich ihre minute auf und die bürger haben keine ahnung genau so wie ihr habt ihr ein smartphone äh ja smartphone habt ihr sowieso kamera mikro euer smart tv denn inzwischen auch schon eine kamera können sie auch sehen wenn ihr euch einen kleinen porno anguckt und dann ein bisschen an eurem nümmel spielt die sind immer dabei was haben wir hier marihuana und von allen etwas zu finden hier drin und hier das fahrer 29 schläft und die frau 27 prostituierte natürlich gesundheitsrisiko sie raucht und nochmals hier vorne noch ein zeigen was ich nicht sehen sollte fast niemals sehen sollte oh das wollte sie wohl nicht na gut holen wir uns den zugangspunkt zur stadt wir müssen etwas ändern ja aber was können wir die leute müssen machen wir müssen etwas ändern ich habe ihn verloren na wo steckst du fertig bezirks zugang freigeschaltet das wollte ich sehen mal schießeisen weg packen unsere wahre waffe aus holen wir uns was schönes ach mit den motorrädern kommen wir einfach am schnellsten vorbei ist einfach so das war super schnell mein freund dann machen wir weiter da liegt noch ein turm auf dem weg hier eine neue tür holen entschuldigung die auf der autobahn da 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 n ich würde hier gerne kurz mal so ein bisschen hätten das genehm ist denn ich will eure daten weil wenn ihr sie haben kann ich ja auch wieder haben oder was sagt ihr dazu na was hast du ein feines herstellungskomponente einmal hält irgendwo müssen wir doch diesen freischaltungen herkommen es gibt so keine kamera oder was doch da war doch was hier an der laterne da stehen wir da stehen zwei irgendwer und das ist komische leuchtende kabel verläuft doch da so irgendwo in die richtung die kamera hier wenn wir in den spaß es ist viel zu einfach gewesen hätte ich niemals mit gerechnet noch einer schwebzi 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 hm 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 t schwebzi hm же nach Da, ich seh's. Was? Geschwister wurden ermordet? Hm. Okay. Gang-Versteck in der Nähe. Geht hier so rüber? Und da? Noch da? Irgendwo noch ne Kamera? Ja, da. Kommen wir jetzt da oben hin? Hm, hm, hm. Das ist ja total blöde gelegen, das Ding. Da ist auch keine Kamera mehr. Trebleft. Die Kamera vielleicht irgendwas? Da stehen wir rum. Auch nicht. Da ist die andere. Gott, da wird mir immer ein bisschen schlecht. Von den ganzen hin und her gereiern. Das ist schon mal das Boot fahren. Ja, viel Boot gefahren. Aber so schlecht wurde mir dabei nur einmal bisher. Und da war ein echt ekelhaft doller Wellengang. Ich will da doch noch hoch. Na, fixer Signal wird verfolgt. Blumenagenten sind äußerst geschickte Hacker, die sich unter den Zivilisten verbergen. Blumenagenten können erkennen, wenn sie versuchen, ihr Handy zu hacken. Wenn sie versuchen, bei der CTO-S-Netzreie zu melden, wenn sie erfolgreich eine Meldung gemacht haben, wird ein Kopfgeld für sie ausgesetzt. Andere Spieler können sich im Spiel eindringen und so ein Kopfgeld verdienen. Ja, ich wurde gerade gehackt. Ihr solltet einen Auftrag für den Kerl rausgeben. Na, super. Und die alte ist weit weg. Verstanden. Wir nehmen sofort einen Auftrag für das Ziel raus. Und wir erhöhen das Kopfgeld. Gute Arbeit. Hm. Wie komme ich da drin an das Scheiß-Ding? Na, ich bin hier vielleicht. Ach, das ist ja auch zu einfach, wenn man das zu Fuß machen kann. Berechnung damit. Nein. Puh, Glück gehabt. So, wo war der blöde Lift jetzt? Danke für dein Geld. So, dann wieder hoch. Lift die Kuss. Auf, auf und nach oben. Und noch weiter hoch. Und diesmal nicht runterspringen. Ja, nee. Will ich nicht. Lass mich wohl, geh weg. So. Nee, Türmchen. Kamera wollte ich auch nicht. Dann. Da wollte ich hin. Meins. Wir sind ja entlücklich zu viele Leute. Kack. Oh, nee. muss hier irgendwo sein der Hacker ist außerhalb der Zone Na wo bist du? hmm na wo bist du? ja auch nicht dahinter versteckt ja gut versteckt gewesen das Ding Hätte ich nicht reingeguckt verdammt wo waren wir bei? das Ding hier auf ein neues abnehmen müssen wir da nicht wieder alles durchhacken wobei jetzt wissen wir wo die einzelnen Punkte sind um da dran zu kommen Aua was ist denn los Kätzchen? brauchst doch nicht hier so rummausschreien und das war jetzt ein anderer Spieler oder wie soll ich mir das vorstellen? hm muss mich mal mit dem online Kram auseinandersetzen lauf, 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 lauf nein grüne Flecken auf der Jacke sieht man noch und mein Motorrad wurde geklaut na feine Sache muss ich ja dann mit dem Einkaufswagen losziehen je stylische Rolle ja normal ne doch nicht ist noch offen trotz rute Leuchte klettern ja der ist aber noch grün so jetzt aber kam der eigentlich jetzt wegen des Hexen auf dem Blumenagent oder einfach weil ich so weil ich an dem Ding war oh gut zum strecken oh so mal wieder ein bisschen was freigeschaltet schon schon gut die Hälfte an Türmchen wie kann ich jetzt eigentlich hier die Leiter ja da stand es gerade aber hier kann man ja auch runter plumpsen das ist nicht so wild so wo wir uns erstmal kurz hier Moped nach dem Shopper können wir uns auch mal kaufen viel spaß danke laufen wir da mal zum Fahrrad wieso stellt das eigentlich so weit weg muss er echt nicht sein ich fühle mich Wenn wir denn bei unserem Motorrad ankommen. Hat er echt weit weggestellt. Sehr schön, dass die Polizei da vorne auch links abgebogen ist. Und verfolgt sie uns jetzt wenigstens nicht. Beziehungsweise sind wir unten in unserer Nähe. Und drinnen. Ja, genau. Wir querschen so ein Ding gleich. So ein Pick-up-Truck mit unserem Motorrad. Ist richtig. Ah, da ich die ganze Nacht. Na komm. Komm, 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 komm. Brücke nicht verbunden. Können wir was gleich ändern. Ja. Mit der Berührung um das Motorrad haben wir diese komplette Ampel gesprengt. Ich stehe total auf das Motorrad. Das ist genauso stabil wie ein Auto. Kann man wirklich sehr gut mithalten. Kann man wirklich sehr gut mithalten. Donner blitzt, Donner, Donner. Du kannst Versteckungen rufen, das ist eigentlich nicht gut. Blödub, das ist keine Verstärkung mehr. Was haben wir da? Nichts und was haben wir hier so? Auch nichts. Über uns ist aber anscheinend jemand. Stimmen wir mal unser Motorrad hier fluchtwegmäßig so hin. Pistole mit Schalldämpfer. Scharfschützen. Einer zumindest. Ah, schick. Sprechender Elch, sehr schön. Den benutzen wir jetzt mal nicht. Der lockt wahrscheinlich nur die Blötypen an. So, dann schauen wir jetzt mal so, was wir so an und nur stiften können. Oh, da läuft gleich einer. Den können wir weg sprengen. Wee, 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 wee. Ja, war nicht mehr so. So. Ein bisschen Verwirrung gestiftet. Tschüss. Was ist das für ein Fenster? Oh, das ist ja noch ein Scharfschützen. Ne, aber mein Scharfschützengewehr. In den Bauch, in den Bauch, in den Bauch. Na, was war da denn? Da fängt sich einer. Wow. Da kommst du raus mit deinem Köpfchen. Na, hopp. Ja. Vielen Dank. So, jetzt können wir die Sprechenden Elch mal testen. Da sprich Elch. Lass dir mal was euch im Kopf geben, aber nicht unter 9 mm. Das ist richtig das Arschloch, ey, ich bin. Find ich super. Wollen diese Vergrößerungspillen scheinen zu funktionieren? Du wirst ein immer größeres Arschloch. Mit dir kann sich wirklich keiner messen. Alle sind so viel besser als du. Deine Mutter ist so dumm, die wirft einen Stein auf den Boden und trifft mich. Oh. Du gemeiner Elch. Du bist nicht fett. Schnapp dir zwei Stühle und setz dich zu. So, da verabschiede ich mich.